Musik Ja hi, ich bin der Sascha. Ich bin Intensivpfleger im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen-Rutenscheid und ich zeige euch heute meinen Arbeitsweg. Also seid dabei und kommt mit. Musik Viele Wege führen zum Krupp. Und wie ist deiner? Komm zum Krupp. Musik Das hier ist der Weg zur zentralen Notaufnahme. Diese Richtung. Hier geht's lernen zu Cafeteria. Hinter mir der Berthold-Beitfall. Musik Gerda fährt der Weg zum Haupteingang. Weiter geht's. Musik So, da sind wir schon. Die Schicht beginnt. Wir sind hier auf der Intensivstation. Musik So, fertig umgezogen. So sehe ich aus, wenn es losgeht. Ich freue mich drauf. Also ab geht's. Ja genau. Wir tragen blau. Unsere Funktionskleidung. Die Farbe der Intensivstation. Aber wie, wieso eigentlich blau? Musik 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 Musik